Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Default. Wir sind auf dem Weg uns dem Roten zu stellen. Tja, aber das hat sie glaube ich sogar gesagt. Ich habe dir gesagt, wenn etwas passiert. Wir müssen ihr euch vertrauen. Irgendwas stimmt gerade nicht mit dem Ton. Jetzt. Hey, sie sind weg. Aber ich habe nicht gehört, dass ich ein Schreie, nicht nur ein Schreie. In allen Dingen müssen wir sie finden. Oh, schau mal an das. Etwas ist zwischen den Schrauben. Der Bravo bikini. Ein Haltstuch, oder ein Halsband, oder eine Krawatte. Hm, vielleicht. Und was ist das? Warum sagst du das? Frauen sind schreckliche Bäste. Komm wieder? Well, gehen wir in? Tja, irgendwie hat Ringelbell vergessen, worum es jetzt eigentlich ging. Und wir sind hier in einem Sitz im Labor. Und wir sind hier in einem Sitz im Labor. Secret Passage, und jetzt dieses? Was ist alles? Es sind alle Maschinen und Werkzeugkunden. Und ein paar, nach ein paar, nach ein paar, von diesen Filen. Da, Ideia! sie ist breathing locked out but otherwise fine we have to free them from this place but that would put me in quite the bind it's the old red man i don't want to run now that is unfortunate red is a fine nickname but you've gone and butchered it i'll ask this once what have you done to idea i gave you fair warning boy said i'd have her in my pocket didn't i i'm telling you it's all in the technique and the technology okay take that device there so it turns out a little toxin called pheromor see toxin as in poison yes follow along you mix pheromor with me to fix and this cologne is born give it a little spray around the collarbone can't imagine the stuff is good for you but my is it effective any woman within arm's reach falls for me guaranteed a slave to my every word so yes there's a chemical technique to start why do this to attract women why imprison them here then what are you really after simple the red always has his eye out for women that might prove useful ladies in the right places to help me climb my way to the top once i spot them it's just a matter of making them fall for me that part's easy then they do my work for me whatever i say recruitment technique check that's it then all this for some lazy ambition now now don't get ahead of yourself boy what goes into that machine there ah the women okay it extracts the toxins from the seduced women to make cologne to seduce more women rinse repeat there's a fine technique for bringing down a nation what you can't who are you hush darling red still has the floor now i never forget a lady's face ever it's my gift i knew yours in an instant okay imagine my surprise seeing not one but two golden geese trundling along behind you how you saw them as anything but an opportunity i'll never know what i i use every trick of the trade to make them fall for me once they're in love they're yours you've won for women are creatures of emotion my friend here are women discriminated you 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 we did you it I I für die wünschen von seinem Hammer. Tools, die nicht brauchen, von Identitäten. Regardless, deine Kaffee wird mein Ticket für die Richtigkeit und die Glorie. Und ich danke dir für das. Ein trauriger Räuber und eine Wälder Wälder. Ich kann nicht von zwei Feier-Instrumenten denken. Er ist Eternein. Du bist mit der Legion? Quiet in der Branche. Danke. Wo bin ich? Ah, ja. Techniken, um zu gehen. Use every tool in reach, till it crumbles to dust. That's how a man succeeds. A dandy. A man, who would call a woman his tool, is no man. My friends will suffer no further insults. Ich hoffe, wir haben idea dabei. Ich hab sie extra dafür ausgerüstet. Since you're clearly incapable of managing my nickname, let's make this formal. I am Captain of the Eternian Forces Blood Rose Legion. Red Mage Fiore de Rosa. Ah, aber sie ist dabei. Das ist schon mal gut. Aber sie ist betört, wie es aussieht. Weißmagie Medica. Mal sehen, ob das hilft. Okay, Medica haben wir nicht gebraucht. Sie ist schon geheilt. Gut. Äh, die beiden haben Angst, wie es aussieht. Okay, ich kann nicht braven und ich kann nicht die verorten. Aber dann kann ich mal das hier machen. Gut. Dann habe ich ein Wunsch Sisters Stormont zustellen. Jetzt ist die Bedeutung des Gras Anarches. Ja, ich kann das hier spielen. Und der heißt, der ist nicht so. Es gibt nur einen Bedeutung. Da kann ich es nicht einschinen. Müll, wenn du die kassier ausgeräufe, Ich kann nicht so. Das wunte, dass es nicht so. Ich kann auch nicht so. Okay, dann gucken wir mal, was wir dir plündern können und dann hauen wir mal Feuerer drauf. Händler. Erstmal verteidigen und wieder heilen. Ein Äther gestohlen. So, dann verteidigen. Erstmal mit Vitra ein bisschen die ganze Sache wiederherstellen. Okay. Dann greif ihn so an, du auch und du heilst wieder an. Es ist gut, dass er immer wieder das Mana zurückkriegt. Okay. Plündern wir ihn zweimal und dann greifen wir noch normal an. Damit wir auch sicher sein können. Äh, nimm das Objekt, das ist... Und jetzt kann er... ...Gritbullar beschwören. Ich möchte gern mal Toxin... Ah, da Hermes-Stiefel konnten gestohlen werden. Der hat Schutz davor. Ja, das ist natürlich super. Ähm, so. Greif mal an, damit wir das haben. Und... Äh, ja. Ein bisschen Schaden machen. Moment, was war das? Der hat... Der hat für Feurer hatte ein BP bekommen. Okay, das ist nicht gut. Äh, gehen wir mal trotzdem auf das über. Äh, alle... Und jetzt machen wir Gritbullar mal. Oh, 2000. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nämlich ein Zehntel. Oh, der heilt sich. Wow, der hat... ...zimmig viel... ...zimmig viel... ...ausgeteilt. Äh... ...ääh... ...so. Jetzt kann er sich grad nicht verteidigen. Oh, 1000. Ach so, der bekommt ein BP. Ach ja, jetzt... ...jetzt weiß ich, der bekommt BP, wenn er... ...ääh, verdammt, der heilt sich wieder für 2000. Ja, der bekommt ja BP, wenn er... ...äähm... ...wenn er sich... ...ääh, wenn er angegriffen wird. Das ist die Spezialfähigkeit des... ...äähm... ...des Schrotmagier. Hab ich gelesen. Ich hab's... Ja, ich hab mir die Dinger mal angeguckt. 12.000 hat er noch. Dann die Pforten wir mal, solange wir können. Halt, du kannst... ...mhm, du kannst ja mal deine Fähigkeit einsetzen mit Eisrach. Okay. Dann... ...kannst du das auch machen. ...und jetzt... ...Freunde rufen. Naja, das ist mir zu viel. Die machen mir zu viel Schaden. So, und jetzt... ...Gritbullar nochmal. Und jetzt dürfte... ...ah, komm. Naja, 2.000 hat er ihm zugefügt. Und jetzt... ...rufen wir die Freunde und hoffen natürlich, dass... ...dass die 8.000 dadurch runtergedrückt werden. Oh, das ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn er die ganze Zeit BP bekommt. Vom Dad kriegen wir was. Bam. Oh, 4.000. Ja, das können... ...den könnten wir... ...so können wir ihn besiegt haben. Ja. Der ist fertig. Sogar innerhalb der Folgezeit noch. Das ist ja mal genial. 1.800 Erfahrung, 180 Job-Punkte. Oh, da wird die Walküre aufsteigen. So, mal sehen. Neuer Job-Level. Sprung erlernt. Den haben wir ja... ...äh... ...Sperrwissen. Oh, und was hat er gelernt? Beschwörung Level 4 erlernt. Und jetzt haben wir einen neuen Asterisk. Der Rotmagier Asterisk erhalten. ...den Rotmagier, so. Äh... ...wirkt Schwarz- und Weiß-Magie bis Level 4. Erhält häufig BP. BP. Kann alle Waffen recht gut benutzen. Spezialität Rache. Äh... ...SW-Magie. Jobgeschick. Äh... ...Schwarz-Magie wahrscheinlich. Aber hier, da setzt der Vitra ein. Feuer. Okay. So, dann, 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 dann. Dann, dann, dann. Oh, der Book of the Rat. Ah, immer das Telefon. Oh, der Book of the Rat. So? 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 Das war's das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So? So? So?